Sie hören eine Predigt von Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Ein Fernsehgottesdienst der Menschen ermutigt, ihre Unmöglichkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.hourofpower.de. Ich möchte meine Predigt mit einer besonderen Aussage beginnen, einer These. Das ist meine These. Wenn Sie alles andere vergessen, dann möchte ich, dass Sie sich daran erinnern. Sie müssen sich selbst nicht beweisen. Demütig zu leben im Schatten des Kreuzes von Christus, das ein Bild von Gottes großer Liebe zu Ihnen ist, heißt, dass Sie anderen nicht ständig etwas beweisen müssen. Sie müssen rein gar nichts beweisen, nicht mir und nicht Gott, wegen des Kreuzes Jesu Christi. Damit möchte ich heute beginnen, dass Gott uns gerufen hat, im sanften Joch von Jesus zu gehen. Das bedeutet, dass wir rein gar nichts beweisen müssen. Wir können dieses Leben voller Demut leben und müssen nicht diese sehr schwere Last tragen, zu versuchen, andere Menschen dazu zu bringen, uns zu mögen und zu respektieren. Ich möchte mit einer sehr interessanten Geschichte beginnen. Eine Krankenschwester aus Australien mit dem Namen Bonnie Ware arbeitete mit sterbenden Menschen. Sie entschied, während der letzten Tage im Leben dieser Menschen festzuhalten, was diese sterbenden Menschen am meisten bereuten. Sie machte eine Liste von fünf Dingen, welche sterbende Menschen am meisten bereuten. Nummer fünf, ich wünschte, ich hätte es zugelassen, glücklicher zu sein. Nummer vier, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Nummer drei, ich wünschte, ich hätte den Mut besessen, meine Gefühle auszudrücken. Nummer zwei, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Und Nummer eins, die häufigste Sache, die Menschen auf ihrem Sterbebett sagen, was heute so wichtig ist. Die Nummer eins von dem, was Sterbende bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut besessen, wirklich zu leben und nicht das Leben zu führen, das andere von mir erwarteten. Wir leben in einer Zeit, in der sich so viele von uns an die Erwartungen und Anforderungen anderer gebunden fühlen. Wir schleppen ein schweres Joch mit uns herum, dass wir uns immer selbst beweisen müssen, dass wir uns sogar vor den Leuten beweisen müssen, die uns nicht mögen und uns sogar hassen. Wir kümmern uns so sehr darum, was Leute über uns sagen und über uns denken. Wir sind ganz eingenommen davon, ein gutes Bild abzugeben, damit wir respektiert und bewundert werden oder damit wir attraktiv und gewollt sind. Jesus macht uns frei von dieser sehr schweren Last, wenn wir es ihm erlauben. Diese schwere Last, die zu dem größten Bedauern von jeder einzelnen sterbenden Person führt. Ich wünschte, ich hätte den Mut besessen, mein Leben auf die Art und Weise zu leben, wie ich es leben wollte und nicht auf die Weise, wie das andere von mir erwarteten. Ich wünschte, ich hätte mein Leben nicht mit dem Versuch gelebt, mich selbst beweisen zu müssen. Denken Sie an all das, was in unserer Welt geschieht. An all die Zeit, all das Geld, das wir ausgeben. Die großen Anstrengungen, die wir unternommen haben. Alles, womit wir die Leute dazu bringen wollen, uns zu mögen, zu bewundern oder zu respektieren. Denken Sie daran, wie viel es kostet, sich selbst seinem Nachbarn beweisen zu müssen. Sie müssen diese Last nicht tragen. Das hat mit unserem Stolz zu tun. In unserem Herzen gibt es etwas, das sich leicht gekränkt und verletzt fühlt, das einfach nicht damit klarkommt, dass jemand etwas Schlechtes über uns äußert, schlecht über uns denkt, uns ablehnt oder über uns tratscht. Was wäre, wenn sie unseren Freunden etwas Schlechtes über uns sagen? Was wäre, wenn sie uns dann nicht mehr mögen und uns ablehnen? Was für eine große Furcht tragen wir davor in unserem Herzen? Aber sie brauchen keine Angst haben, sie können lächeln. Sie müssen sich selbst nicht mir gegenüber beweisen. Und ganz gewiss brauchen sie sich auch nicht vor Gott beweisen. Sie werden geliebt. Sie sind ein unvergängliches, geistliches Wesen mit einer ewigen Bestimmung in Gottes großem Universum. Das kann ihnen niemand wegnehmen. Jesus lädt uns ein, in seinem sanften Joch zu gehen. Er lädt uns ein, in dem sanften Joch zu gehen und selbst nicht beweisen zu müssen. Dieses sanfte Joch klingt wie Demut. Das demütige Leben, das aussagt, ich muss die Leute davon nicht überzeugen, dass ich reich bin oder erfolgreich. Mein Selbstwertgefühl basiert auf etwas ganz anderem. Ich gehe im sanften Joch von Christus. Und Christus war genauso wenig von der Meinung anderer abhängig. Er ist der klügste, bedeutendste Mensch, der jemals gelebt hat und heute noch lebt. Er tut nichts von all diesen Dingen. Wir verehren einen Heimatlosen. Einen Rabbi, der in seinem Wesen von genau derselben Natur war wie der Vater und unter uns lebte. Die heutige Lesung aus der Bibel, die so schön von Dr. Jim Cock vorgelesen wurde, stand im Philippabrief Kapitel 2. Die Stelle passt so gut. Sie wissen, dass der Heilige Geist diese Gottesdienste plant. Ich denke an Pater Christopher und wie wir über die Einheit und den Leib Christi sprachen und die Dinge, die Gott jetzt in der Welt und in der Kirche tut. Paulus schreibt im Philippabrief an eine Gemeinde, die gespalten und zerrüttet ist. Die Kirche in Philippi lag im östlichen Mazedonien, im Nordosten des heutigen Griechenlands. Sie wurde von Philipp II. gegründet, dem Vater von Alexander dem Großen. Die Stadt wurde eine aufstriebende Metropole. Und an diesem Ort, einer Stadt wie New York oder sonst ein bedeutsamer wirtschaftlicher Standort, wo es viel Geld und viele Leute gibt, die sich selbst beweisen wollen, war die Gemeinde voller Stolz und Egoismus. Paulus schreibt, nein, das ist nicht die Art und Weise, wie Christus ist. Und das ist nicht, wie die Kirche sein soll. Walter Hanson zufolge ist es überhaupt das erste Mal, dass Paulus im Griechischen das Wort Demut als ein Substantiv gebraucht. Und nicht nur das, er gebraucht das Wort Demut als eine Tugend. Als er von Demut schreibt, das heißt in Demut zu leben wie Christus, ist es das erste Mal in der griechisch-römischen Welt, dass jemand von Demut als einer guten Sache redet. Im griechischen Denken, im römischen Weltreich ging es ständig um große Helden. Sie wollten nicht übertreiben, aber die Vorstellung im römischen Reich war, sei nicht schwach, zeige deine Schwachheit nicht, sondern sei stark und hilf dir selbst aus der Patsche. Sei der Stärkste, der Herausragendste und sei in allem in Bestform. Das passte natürlich zu einer wohlhabenden Großstadt wie Philippi. Aber Paulus sagt, nein, so sollt ihr nicht sein. Und mit den Worten von Jesus, setzt euch ans Ende des Tisches, nicht zu oberst. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Seien sie wie Christus, der bloß mit den Kleidern auf der Haut wie ein Sklave gekleidet war und den Jüngern die Füße wusch. Er war der Erste, um aus Liebe am Kreuz zu sterben. Der Mensch Jesus, der in seinem Körper alle Macht des Universums besaß und nackt an ein Kreuz gehängt wurde, tat dies ganz bewusst und wollte den Römern rein gar nichts beweisen. Er ging demütig als ein Diener umher. Paulus sagt, das ist unser Herr, nicht Cäsar. Nicht der Mann mit dem Kranz auf dem Kopf, der mit Gold und Schmuck auf einem Wagen durch die Straßen Roms fährt. Nein, unser König ist der König der Könige, ein demütiger Diener, ein umherziehender Prediger, ein heimatloser Mann, der als Mensch von gleicher Natur wie der Vater war, welcher kam und einfach das tat, was richtig war. Er liebt uns. Daher sagt er, schaut euch selbst an. Ich werde es vorlesen. Er sagt, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Dann spricht er über dieses große Vorbild, das uns Christus gegeben hat. Wie Sie sehen, unterscheidet sich das Reich Gottes von dem römischen Reich. Das Reich Gottes unterscheidet sich von dem Reich, in dem wir manchmal meinen zu leben, in einer Welt, in der einer gegen den anderen kämpft. Wo das Fernsehen und die Filme und Zeitschriften uns ein Bild zeichnen, wie wir sein sollen, wie wir aussehen sollen, wie viel wir wiegen sollen, wie jung wir sein sollen. Diese Liste ließ es sich fortführen. Die Weise, wie die Welt Dinge bewertet, ist nicht die Art, wie das Reich Gottes Dinge bewertet. Im Reich Gottes, in dem Christus der König ist, ist der Diener der Größte. Der Geringste ist der Höchste. Gesegnet sind die Armen und die Sanftmütigen. Gesegnet sind die, die missbraucht, gehasst, angespuckt und abgelehnt wurden. Gesegnet sind sie. Das Kreuz verrät etwas Unglaubliches über sie und mich. Das Kreuz, ganz gleich wie verdammt und schrecklich es ist, und welches nach den Worten von Pater Christopher die Vorsehung Gottes war, ist ein Zeichen, dass Gott sie genauso sehr liebt, wie er Jesus liebt. Wussten Sie das? Gott liebt sie genauso sehr, wie er Jesus liebt. Das ist der Grund, warum er von Jesus verlangte und ihn bat, am Kreuz zu sterben. Jesus liebt uns auf dieselbe Weise, und darum war Jesus seinem Vater gehorsam. Wegen Gottes großer Liebe zu uns. Das Kreuz macht uns demütig, weil unser Herr Jesus dort als ein Sklave starb, nackt und gedemütigt. Aber das Kreuz richtet uns auch auf, weil es das große Zeichen der Liebe Gottes zu uns ist, dass er alles für uns tun würde. Wenn Sie der einzig lebende Mensch wären, der einzige Sünder, der einzige, der arm dran ist, wenn Sie der einzige wären, wäre Christus für Sie gestorben, weil Gott Sie so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Und das verändert alles. Nicht nur das, sondern Gott glaubt, dass Sie Jesus ähnlich werden können und durch die Gnade und Kraft des Heiligen Geistes in sein Ebenbild verwandelt werden. Gott weiß, und Jesus weiß, was die meisten von uns nicht wissen, dass Sie ein unvergängliches, geschaffenes Wesen mit einer ewigen Bestimmung in Gottes großem Universum sind. Sie sind ein Kind Gottes. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich würde alles für meine Kinder tun. Sie sind ein Kind Gottes. Genau diese Tatsache verleiht uns so viel Kraft, dass wir in einer Welt, wo die Leute so viele Erwartungen an uns hegen, nicht vor ihnen einknicken müssen. Wir dürfen wissen, dass unsere Identität in etwas viel Größerem zu finden ist, als in dem, was wir anhaben, wie viel Geld wir auf der Bank haben oder wie toll wir auf der Arbeit sind. Wenn Sie jemand sind, der sagt, schön, ich werde in der Liebe Gottes leben und werde der Versuchung widerstehen, mich selbst zu beweisen, dann haben Sie gerade eine riesengroße Last von Ihren Schultern genommen und das sanfte Joch von Jesus auf sich genommen. Jeder, der um seine wahre Identität im Reich Gottes weiß, jemand, der sich selbst nicht beweisen muss, hat alles in seinem Leben verändert. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Sie müssen nicht immer die richtige Antwort wissen. Sie müssen andere nicht verändern. Sie müssen nicht immer sagen, wie es ist. Sie müssen sich nicht anpassen. Sie müssen nicht lügen. Sie müssen keine Masken aufsetzen und Sie müssen sich auch nicht stressen. Sie müssen nicht alles konsumieren. Sie müssen nicht noch mehr Dinge kaufen. Sie müssen nicht attraktiv sein. Sie müssen nicht gewinnen. Wussten Sie das? Niemand zwingt Sie, mit mir zusammen zu sein. Keiner zwingt Sie, in dieser Kirche zu sein. Und ganz gewiss zwingt Gott Sie, nicht mit ihm zusammen zu sein. Wenn Sie aber dieses Joch freiwillig auf sich nehmen, sind Sie nun frei darin, andere Dinge zu tun. Sie sind frei, dumme Fragen zu stellen, was Sie nebenbei bemerkt, zu einem guten Schüler macht. Sie sind frei, Fehler zu machen. Und da Sie frei darin sind, Fehler zu machen, weil Sie niemandem etwas beweisen müssen, können Sie neue Dinge ausprobieren. Sie können neue Dinge tun und es ist okay, wenn Sie versagen. Sie können lernen und ein Risiko eingehen. Sie können das Leben genießen. Im Reich Gottes müssen wir nicht mit dieser großen Last leben, uns selbst beweisen zu müssen, andere Leute für uns gewinnen zu müssen, ständig jemand sein zu müssen, den man mag und respektiert und bewundert. Im Reich Gottes, wenn Sie wirklich im Reich Gottes leben, müssen Sie nichts von diesen Dingen tun. Sie können frei sein in der Liebe Gottes. Sie müssen sich selbst nicht beweisen. Was hat diese Botschaft uns als Gemeinde von Hour of Power zu sagen? Was bedeutet Sie für dieses Gebäude? Ich habe gestern ein Baseballspiel gesehen und Sie zeigten es von einem kleinen Luftschiff aus. Es ist ein Baseballspiel. Warum die Crystal Cathedral zeigen? Wie viel von unserem Selbstbildnis ist damit verknüpft, eine hübsche Kirche zu haben? Warum hat mein Großvater diese Kirche gebaut? Wissen Sie warum? Wissen Sie wirklich, warum er sie gebaut hat? Er hat sie nicht gebaut, um des Prunkes willen. Er und meine Großmutter begannen ihren Dienst in einem Autokino. Das hieß für ihn, dass er das Evangelium draußen predigen durfte, was sein Lieblingsort ist. Ich weiß, es klingt albern, aber der Grund, warum sie eine Glaskirche bauten, war, dass er das Gefühl haben wollte, als würde er noch immer draußen predigen. Darum wurde sie gebaut. Sie war nicht dazu gedacht, um stolz oder arrogant zu sein oder sich damit hervorzutun. Er hatte einen Traum. Ich möchte drinnen und draußen predigen. Ich denke, dass ich das tun kann. Wenn ich es träumen kann, kann ich es auch tun. Er machte es möglich, mit ihrer Hilfe. Aber ich meine nicht, dass sie je dazu gedacht war, zumindest nach Gottes Vorstellung, ein Teil unserer Identität zu sein. Die Identität dieser Gemeinde war und wird immer diese Botschaft sein, welche durch die Predigten kommt. Sie kommt durch die Musik, sie kommt durch unsere Geschichten, aber es ist die Botschaft. Die Botschaft, die lautet, Gott liebt sie und ich auch. Eine sehr einfache Botschaft. Aber diese Botschaft bedeutet, dass wir uns vor niemandem beweisen müssen. Es gibt keine Anforderungen. Sie müssen sich nicht anpassen. Sie müssen nicht schön sein. Sie müssen nicht gewinnen. Sie müssen sich nicht selbst beweisen. Sie müssen nicht lügen. Sie müssen sich nicht stressen. Sie müssen andere nicht verändern. Sie müssen nichts vorgeben. Sie sind geliebt. Sie müssen sich mir gegenüber nicht beweisen. Sie müssen den anderen nichts beweisen. Sie müssen sich selbst nicht ihren Nachbarn beweisen. Sie müssen sich auch Gott nicht beweisen, weil sie geliebt sind. Sie sind sein Kind. Sie sind ein ewiges Wesen in seinem Reich. Wenn Sie das glauben, sagen Sie Amen. Ich glaube das auch. Amen. Lasst uns beten. Herr, danke für die Vergebung unserer Sünden. Danke für deine Gebote. Danke für dein Leben und deine Güte. Danke, dass du uns erneuerst. Danke, dass du uns liebst und im Namen Christi beten wir. Amen. Das war Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Helfen Sie uns dabei, Ihnen auch zukünftig die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen und unterstützen Sie Hour of Power mit Ihrer Spende. Vielen Dank.